Das Remote Laboratory, oder kurz ReLab, läuft semesterbegleitend zum Mastermodul Robotik 1. Hierbei können Studierende von zu Hause aus 24-7 das Wissen aus Vorlesungen und Übungen im Rahmen eines Labors vertiefen. Dies erfolgt durch Programmierung der einzelnen Themengebiete des Moduls mit einem realen Industrieroboter. Der betrachtete Prüfstand besteht aus dem Roboter inklusive Greifer, einem orangefarbenen Stern sowie fünf Containern. Der Stern kann vom Roboter gegriffen werden und in einen anderen Container eingesetzt werden, sodass eine typische Pick-and-Place-Aufgabe betrachtet wird. Das ReLab besteht aus vier Teillaboren, welche den Inhalt aus Robotik 1 abbilden sollen. Im ReLab 1 werden Koordinatentransformationen behandelt. Verschiedene Rotationsdarstellungen werden vom Studierenden programmiert und gesuchte Transformationsmatrizen berechnet, sodass der Stern gegriffen werden kann. Zur Bestimmung der Lage des Endeffektors wird in ReLab 2 die direkte Kinematik des Roboters bestimmt. Das inverse Problem sowie sicherheitsrelevante Arbeitsraumgrenzen werden ebenfalls thematisiert. Darauf aufbauend wird in ReLab 3 mittels inkrementeller Bahnplanung der Greifer in gezielte Richtungen verfahren. Lediglich die Endeffektor-Position wird betrachtet, sodass kinematische Redundanz vorliegt. Abschließend wird in ReLab 4 die Dynamikmodellierung sowie Roboterregelung behandelt. Studierende modellieren die Dynamik des Mehrkörpersystems mittels Lagrange-Formalismus und lösen Fragen zur Positionsregelung sowie Roboterregelung mit Umgebungskontakt. Zur Bearbeitung können die Studierenden aus dem Uni-Netzwerk auf die Website zugreifen. Die Interaktion zwischen Studierenden und Versuchsstand wird dabei durch einen Hauptserver und einen Application-Server getrennt. Studierende können einen Zeitslot für den Prüfstand auf der Website buchen. Der Zeitslot kann jederzeit angesetzt werden, sodass das Labor 24-7 durchgeführt werden kann. Über eine Kamera wird ein Livestream des realen Roboters angezeigt. Die Laboraufgaben können in beliebigen Programmiersprachen gelöst werden. Die Lösungen können anschließend auf der Website eingetragen werden. Bei erfolgreicher Lösung bewegt sich der Roboter. Über einen Datenstream können ebenfalls die Sensordaten wie zum Beispiel Gelenkwinkel beobachtet werden. In der Aufnahme wurde das Relab 1 im Debug-Mode ausgeführt, sodass die korrekten Lösungen nicht erforderlich sind. Für alle Programmieraufgaben können die Studierenden Punkte sammeln. Nach erfolgreicher Programmierung werden in jedem Labor fünf Multiple-Choice-Wissensfragen gestellt. Hier können ebenfalls Punkte erzielt werden. Je mehr Versuche zur Beantwortung notwendig sind, desto weniger Punkte werden erreicht. In einer Rangliste können die Studierenden jederzeit ihren Punktestand sowie ihre Platzierung ablesen. Am Ende jedes Semesters erhalten die besten Studierenden eine Auszeichnung sowie Sachpreise. Die Digitalisierung der Lehre ist ein zentrales Element für das erfolgreiche und zukunftsfähige Studieren. Die Vorteile sind vor allem bei begrenzten Kapazitäten an Räumen, Lehrpersonal oder Versuchständen immens. Die Lösung von Programmieraufgaben mit einem realen Industrieroboter in einer realen Versuchsumgebung soll Studierende motivieren, selbstständig die behandelten Themen aus Vorlesungen und Übungen zu vertiefen. Der praktische Nutzen der theoretischen Grundlagen wird somit anschaulich digital über das Internet vermittelt. aus Verfestigung vom Programmieraufgaben mit einem Rechts POLIC strips ver convictions muss man sich Nombros